Yo, 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 servus! Mein Name ist Electic und ich darf euch willkommen zu einem weiteren Part der Showdown Ladder Lock mit und gegen den Skolorate. Hi, 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 hi. Wir haben ja in der letzten Episode ziemlich rasch in die Niederlage eingefahren. Das neue Team soll es richten. Wir haben dabei Deos, das Volcarona mit dem Psycheum Z. Die Intention dahinter ist, dass Volcarona ein Mon ist, das viele Teams nicht beachten, vor allem in der Low Ladder. Und damit will ich heute punkten. Deswegen habe ich auch noch Lonicune dabei, das sogenannte WinQ-Set mit Command Protects, Gold und Substitute. Ein Mega-Bisa-Floor, ein Defog Latias, ein Choice Bandits, Nebuna, Evil Booth und Somni, das Nidoqueen. Ach du Scheiße, was hast du denn da angerichtet? Na ja, richtig, all-use Triads hier. Holy shit. Ich weiß, dass Suicune und Volcarona echt in der Low Ladder punkten können, das ist heute der größte Plan. Also Suicune hatte ich auch immer geplant, aber das habe ich gedacht, das habe ich mir später nochmal auf. Ich habe es genau im Gegenteil von Ede gemacht. Er hat ein bisschen jetzt mal den Triad rausgepackt. Ich habe gedacht, so, jetzt traust du richtig rein. Die drei ersten kennt ihr ja schon, die habe ich ja in der letzten Part schon verwendet, habe ich drauf aufgebaut. Und dann haben wir drei Bryans, abgeleitet von drei Brains und da gab es ja mal diesen schönen Joke von wegen Multigeschredder und so. Vielleicht kennt ihn einer. Das mag die Tonnen, mit dem Iboniten, damit es ein bisschen Bullcut und halt dem Standard-Set, halt um Details zu trappen. Dann haben wir The Bacon God, mein M-Ball mit Assault-Vest, sieht man so auch, glaube ich, selten. Aber Grüße geht raus an Tabasco für den Bacon God und ja. Und wir haben Oliver Kahn, weil ich brauche einen Centrush-Ersatz und wer könnte Ex-Cadrall besser ersetzen als Stoutland? Also ich bitte euch, also das geht ja mindestens genauso gut. Gut, soll es auch schön gewesen sein. Du hast echt Magneton mit? Ähm, Moment mal, ja, ich habe Magneton mit. Ich sehe gerade, ich mache mal eine Superpower auf Stoutland. Ähm, vielleicht sollte ich da doch... Okay, ähm, ah. Ja, genau, okay. Let's start. Fuck, ich habe den T-Bilder wieder geschlossen. Mann. Jetzt muss gar nicht wieder irgendeine Zäsur drauf. Ähm, noch ein Ladder-Lock hier. Ja, endlich, ein Low-Leader-Gegner. Danke, danke, mein Gott. Ja, du bist ja auch wieder 1100 irgendwann. Genau, und? Ah, ist das schön. Oh, ich darf gegen 100er-Legenden spielen. Aber by the way, fun fact, der Typ, der das Smog & Ladder-Tournament gewonnen hat, da hatte im Final Battle, hatte der einen Pikachu dabei. Okay, gut, das wird natürlich interessant, weil, ähm, das sind Freeds, vor allem Victini. Ich weiß nicht, wie ich Victini, ohne was abzuspeisen, überleben soll, aber hey. Ähm, gut. Ähm, ja. Guck mal, Latios, Latios kriegen... Oh, natürlich, Jirachi. Wieder nach Hause. So. Hä, ich... Nee, toll. Der liegt Starry Fox und U-Turn jetzt eh... Nein, wo ist mein... wo ist meine Fairy? Ich bin so doof. Her Fairy? Wer spielt denn bitte schon mit der Fairy, also... Nein, ich kann... Ich will aber nicht Suicu verlieren. Moment, Freunde, 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 Freunde. Somni, du musst leider sterben. Ja. Oh, Damage. Wie war das, wie war das mit dem Boop-Team? Ja, ja, kein Stress, kein Stress, kein Stress. Jetzt kaffst dich denn auf Starry Fox, das ist zu kein... Hier, Evil Poop. Claim den... Oh, Evil Poop ist gut gegen sein Team. Holla, die Waldfee. Ähm... Nein! Fuck my life, Alter. Ahaha. Nein. Das ist schon mal go-ah. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich, Alter. Ich bin Choice Bandit. Wollt ihr mich verarschen? Das ist Cherry Zart. Ähm. Wow. Ja, das fing ja richtig gut an. So geht's nach, hier, oder? So geht's nach, hier, oder? Ah, okay, kommt, hier. Danke, Gott, danke, Gott. Oh, das ging ja mal gewaltig in die Hose. Nein, Evil Poop. Aber ist immer... Ist immer... Boah, das ist so ein Step. Wer spielt denn so ein Quatsch? Hm... 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 Ich bin... Spideff. Future Side Espeer. Future Side... Geat! Ach, wo ist denn verdient? Verdient, verdient... Dirt Power, jawoll. Boah, verweck ich jetzt eigentlich? Ich könnte am Recoil-Video... Hahaha, Scheiße. Oh, mein Gott. Okay. Weichy Fire-Types sind keine gute Idee. So, ähm... Ähm... Äh, ich geh mal wieder... Ach, ich bin schneller. Schneller. Ich geh mal mit Oliver Kahn rein. Ah... Flying Lamb. Ah, ha, ha. Ah... Oh, das ist disconnected. Geat-Cheatable. Sonst würde es natürlich Lenny so heißen. Oliver Kahn ist am Start. Okay. Jetzt ist die Frage, ob das so ein dummer Willow-Kack-Scheiß ist. Er ist schon. Werde ich den Willow-Fressen auf Oliver Kahn? Ja, bitte ich. Wird schon gut gehen. 58. Rocky Helmet. Toxic. Toxic ist okay. Das Relaxo kann doch nerven, wenn er... Curse ist. Ja, ist Curse. Ich brauche die Poison auf jeden Fall. Ratschi? Ja. Z-Move. Ich muss auch schaden. Bull Rising Pancake. Ach, das ist so... Äh, ha. Bissafloor. Das kann so scheiße sein, wie ich will. Es ist weg. Du musst reichen. Du musst reichen. Z-Move. Let's go. Das macht ja nichts. Earthquake. Get her. Okay, okay. Ähm. Ähm. Bug-Bus sollte reichen. Bug-Bus sollte reichen. Okay, okay. Das wird noch richtig eng. Das wird noch richtig eng. Wenn ich du wäre, würde ich Quimberdance drücken. Mit welcher Begründung? Pff. Weiß ich nicht. Finde ich boof hier. Wir haben ja gesagt, Mindless Sacken ist ja... Das ist ja kein Mindless Sack. Doch, ich muss irgendwie begründen, warum ich Quimberdance drücken sollte. Ja, weil du das Lapa sonst nicht one-shottest. So. Nee, das macht keinen Sinn. Wie, das macht keinen Sinn. Weil er auf Rocks geht, von mir aus. Äh. Vielleicht misst er ja. Komm, miss. Smackdown. Smackdown! Okay. Ich glaube, ich verliere. Nice. 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 Nice gecheckt. Ah, meiner Surrender. Meine, her Surrender. Meine, her Surrender. Aber ich hätte auch nichts mehr verloren gegen den. Komm, Sekund tank was. Tank was. Oh, Mann. Ja, Lati gewinnt aber. Hm, ging Lapa's? Ah, wobei, ich muss halt eh ersetzt, ne? Ich warte mal ab. Oh, okay. Ich warte mal ab, ob du das gewinnst. Welch wenigstens Setup, Lati, aber das bin ich nicht. Ja, aber wenn man keine Ferry hat, das ist halt doof gelaufen. Mach das, er hat sich paratetisch. Boah, das ist das Fall-Trest. Frost-Trest. Frost-Trest. Okay. Großartig. Großartig. Nee, sich, weil das ist mit Deft. Kannst du das aus-Roost? Nee, normal nicht. Hat er Metronom als Item? Nee, Lefty-Boss. Nee, Lefty. Wie viel hat der? 16. Ich muss eigentlich irgendwann auf die Para gehen. Oder das ist ein Mist. Ah, das kann missen. Ach so, das wusste ich nicht. Ja, das kann missen, das hat 90%. Ah, okay. Ah, ja. Okay, okay. Para? Kannst jetzt auf den Crit gehen. Oder auf den Para oder sowas. Ja. Oder das ist was Mist. Das muss ich auf den Mist gehen, in erster Linie. Das Schöne ist, das kann ich halt nicht wegkritten. Aber wie gesagt, bei mir kommt jetzt nichts, weil ich müsste jetzt was ersetzen. Das mache ich nicht, bevor ich nicht weiß, ob ich hier nicht sowieso schon wieder Endstation habe. Das ist echt nice, wenn man verliert, weil... Kannst du mal kalken, wie viel Choice Band, äh, ja, Choice Banded Weavile auf ein Sard X macht? Ja, mache ich. Auf Ice Shard, ob das eine Roll war. Äh, All Out It's Band, ne? Ja. Äh, Cherry. Du bist Joddy? Ja. Okay, Cherry Sard Dragon Dance von der... Ice Shard macht 28 bis 33. Ah, okay, 31 Cuts. Also, es war eine Mid-Roll, eine schlechtere Mid-Roll war's. Come on, Lati. Hätte ich gar nicht... Es muss doch einer, einer muss doch missen, da könntest du das gewinnen. Ja. Ja, kommt auf seinen anderen Moves an. So wie sein Team aussieht, hat er eh noch Ice Beam. Das könnte natürlich sein. Ich weiß nicht, ob der vielleicht Spex ist oder so. Fünf Boost. Ne, der ist Lefties. Ah ja, Lefties. Ja, dann hab ich ihn verloren. Werde noch Ice Beam hat. Warum hat der... Einer muss missen, Freunde. Missendlich. Vor allen Dingen langsam rollt er dich weg. Das ist ein letzter Ruh. Oh. Der gehört verloren, oder? Missendlich. So, und jetzt muss er... Wo sind da hin? Wo bist du oder sowas? Ah, der hat auch einen. What? Ja, geil. Das hat super funktioniert, Edel. Prost. Ja, aber dann... Das ist so dumm. Das ist so dumm, ehrlich. Ja, ähm... Gut. Fucking Alien nenn er dich übrigens. Richtig gut. Oh, du shit. Okay, äh... Läuft nicht bei dir. Läuft bei mir, würde ich eher sagen. Ich hab nur, äh... Fake Lords verloren. Wie viel punkterst du? Ähm, das muss ich mir mal gerade nachgucken. Moment. Ich habe 1205. Ja, ich würde sagen, ich baue schnell ein Team und dann... ... können wir noch ein Part aufnehmen. Naja, 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 ich würde mal sagen, äh, ne Woche der Ultra Sun, Ultra Moon, äh, ... geht mit Zeit, da können wir nur noch vernünftig was rumbauen. Ja, ey. Weil, das ist ja quasi der letzte Part, also, es ist eigentlich schon US-OM draußen, wenn ihr das seht, aber, äh, ist halt, äh, die ganze... Aber, ähm... Könnt ihr mir Kommentare schreiben, wenn wir jetzt noch ein Part aufnehmen sollen? Pff, ja, aber nicht jetzt. Ich bin so deprimiert, äh, ja, okay, gut. Wenn ich jetzt mit meinem anderen Account gewinne ich mit dem Scheiß-Team wahrscheinlich ... acht von zehn Spielen. Ja, das könnte passieren. Gut, ähm, aber ich würde sagen, das, äh, berät mir dann mal ein anderes Mal. Ich würde sagen, wir auch in Rhein, oder? Ich weiß nicht. Ist dein Part. Ist, ist morgen schon Advent, erster Advent? Nee, November. Nee. Es kam erst Uhr, schade, sonst hätte ich gesagt, singen Weihnachtslied. Ja, gut. Ja, 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 doof gelaufen, die letzten zwei Parts für mich. Ja. Ja, aber macht euch nichts draus. Haut daran. Ja, irgendwie wird er mich doch stoppen. Das passt. Auf jeden Fall, ja, ich hab keine guten Monsten mehr. Nächste Folge magieren dann noch Säcken und dann... Dann ist es gelaufen, Mann. Na gut, dann, macht's gut, haut da rein. Euer Eos, Servus. Ciao. Und dann? Säcken. Ja, ja. destin. Ja, ja, ja. Na gut, dannar period. Ja, ja. Deine. Ja. Bis poi mal. Ja, ja, ja. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020